Weißt du, was machen wir jetzt? Aua. Ja, wir müssen jetzt beide eine Bestrafung ziehen, während wir schon bestraft werden. Oh mein Gott! Übrigens, ich hab voll krassen Merch, also... Schaut vorbei! Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hab heute mal wieder Joey dabei. Hallo? Was soll das denn jetzt? Nein, ich freu mich natürlich. Ich freu mich auch sehr. Bist du dir sicher, dass du dich freust? Nee, eigentlich freu ich mich überhaupt nicht. Hier ist übel viel Scheiß, Leute. Wir werden heute... Ein... Zeig's mal. Ein iPad essen, ne? Genau. Wir werden heute Gesichter erraten. Aber nicht irgendwelche Gesichter, sondern meine Schwester hat sich zwei Leute genommen, hat die ineinander gefacemorpht und wir müssen erraten, welche zwei Menschen sich in diesem gefacemorphten Gesicht befinden. Das sind aber schon Menschen, die wir kennen. Ich hoffe. Was sind das für Menschen? Das ist jetzt nicht deine Mama und dein Papa zusammen oder so. Ich hoffe nicht. Keine Ahnung, was da jetzt sein wird. Ich kenne noch nicht. Aber es sind wahrscheinlich YouTuber und sowas, oder? Bestimmt. So, oh, ich kenne doch bestimmt die Hälfte nicht. Kann sein. Das, was Jana kennt, kenne ich doch nicht. Ich habe ihr schon gesagt, sie soll so Erwachsenen Sachen nehmen. Erwachsenen Sachen nehmen. So für langweilige alte Leute. Oh ja, danke. Die Person, die das halt nicht schafft als erstes, die kriegt dann eine geile Bestrafung. Da haben wir hier ganz viele Tolle drinnen. Wir sehen jetzt gleich das Bild und haben wir einen Bass oder sowas? Was müssen wir machen? Sollen wir einfach reinschreien, wer das gehört? Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ja, du darfst nicht zuerst schreien. Ich habe nichts gesehen. Ja, ja, du hast direkt geguckt. Ich habe es doch jetzt selber schon gesehen. Okay, drei, zwei, eins. Das bist auf jeden Fall du. Ich? Ja, guck mal die Nase. Ja, aber das bist auch du. Was ist denn das für ein Bild von mir? Ich kenne das Bild nicht. Keine Ahnung. Oh, hier sind Palmen im Hintergrund. Warte, ich sage, okay. Nein, nein, nein. Oh nein. Ich sage Joey, you knew you asked her. Oh nein. Ja. Scheiße. Hä, das Bild? Aber ey, ich habe so viele Kommentare zu meinen Nippeln bekommen in diesem Foto. Die machen sich immer über meine Nippel lustig. Okay, die Sehle war auch schon ganz gut. Stimmt gar nicht. Aber warum ist das hier so kantig? Weil das so seitlich bei dir ist. Vielleicht wegen meinem Kantengesicht. Ich bin fett. Du bist schlagen. Das kommt dabei. Wow. Warte, da muss ich nicht bestraft. Du beziehst die Bestrafung. Bezieh sie mal. Das Ding ist, ich habe die Bestrafung halt selber geschrieben. Das heißt, ich weiß, was es ist und ich will das alles nicht machen. Ja, super. Bitte Hundefutter. Ich will nicht das Hundefutter. Oh nein. Ah, Hundefutter? Nein. Oh, was? Nur noch französischen Akzent. Die nächsten drei. Oh nein, wie unangenehm. Unangenehm. Wie geht denn das? Okay, lass mal. Das ist Schweizerdeutsch. Ich mag das nicht. Nee, wie geht das denn nochmal? Ich bin so wunderbar. Du möchtest du hier sprechen. Wunderbar, okay. Belgisch sprechen. Nee, die Französisch. Aber du hast eine Belgische Familie erzählt. Oh ja, mein Onkel, der spricht ein bisschen so. Du hast recht. Oh, du kannst ja merken. Yeah. Wow. Okay, nächste Runde, oder? Nächste Runde. Das ist, das ist, das ist Winnie Hallow. Was für ein Teil. Winnie Hallow. Das zählt nicht. Ich kenne nicht Winnie Hallow. Wieso kennst du Winnie Hallow? Wer ist Winnie Hallow? Dieser Model. Scheiße. Wie geht denn das? Schese. Ich kenne die nicht. Aber was ist denn hier mit den Augen los? Ist das so eine halb geschminkte Person oder so? Ah, ich weiß es. Das sind Winnie Hallow und Kamuschka. Ich kenne beide nicht. Oh. Angela Merkel. Ich war mir so sicher, dass das Kamuschka ist wegen den Lippen. Scheiße. Crazy. Du warst falscher als ich. Also du musst machen. Nein. Doch. Ich habe eine erraten. Nee, das ist aber falsch. Aber wenn du die falsche Antwort gibst, musst du ziehen, Julia. Nein. Doch. So lauten. Einfach nur bestanden zu machen. Nein, das ist unfair. Ja, los ey. Oh, ich hasse dich. Wenn ich jetzt das Hundefutter kriege. Eiswürfel in die Hose. Oh, direkt nasse Hose. Du musst nur noch 34 Sekunden. Oh, mach schon mal. Laber mich jetzt mal zu. Du machst deine Hose und ich mache meine Hose. Ach, wir müssen beide in Hose? Wir müssen beide in Hose. Ach so. Ja, dann bei sich selbst. Ich mache meine Hose. Oh, nee, ich will nicht. Ja, doch. Oh, das ist voll kalt. Das ist jetzt schon sehr kalt. Mach in deine Hose. Okay, drei, zwei, eins. Warte, hin. Ah, ja, ja, ja. Ii, da muss ich mich ja draufsetzen. Ja, ii. Sitzt du jetzt drauf? Ja. Sitzt du wirklich drauf? Dann mache ich es auch. Oh, mein Gott. Julia. Boah, das schmilzt doch richtig schnell da unten, ey. Ich habe keine zweite Unterhose mitgenommen. Scheiße. Ich hasse dich, ey. Oh, müssen wir jetzt wirklich bis die geschmolzen sind. Ja. Julia, meine Hose ist schon komplett nass da unten. Das ist Jenny? Ja, das ist Jenny. Das sehe ich auch. Und wer noch? Du machst einmal weiter. Ich war noch gar nicht ready. Der Ausschritt so brennt. Ich weiß ja nicht mal, was für Leute das hier sind. Was sind diese zweiten Augen da? Ich kenne das nicht. Also das da sind Jennys Augen. Aber was ist das da? Ah, es tut so weh. Oh, Julia, ich weiß. Auch nicht, wer das ist. Wenn wir das jetzt beide wieder nicht wissen, dann müssen wir wieder beide mal sagen. Oh, nee. Julia, wir lassen das einfach aus. Niemand mehr. Jenny und deine Schwester. Ich sage Jenny und Dagi Bee. What? Marvin. Aber ja, das ist auch so ein Bild. Das habe ich aber so gar nicht gesehen. Also Marvin habe ich da überhaupt nicht gesehen. Oh, Julia, mir tut so der Arsch weh. Mir tut auch der Arsch richtig doll weh. Wollen wir es rausnehmen? Nein. Oh, Mann. Scheiße, was machen wir jetzt? Aua. Ja, wir müssen jetzt beide eine Bestrafung ziehen, während wir schon bestraft werden. Oh, mein Gott. Eiswürfel in den Mund. Oh. Oh, wie viele? Ein. Kann ja nicht zerkauen, der muss da drin bleiben. Der ist im Mund. Wie lange hast du denn da aufgekämpft? Ich brauche einfach nur eine kurze Erfrischung, Julia. Ist okay. Komm, du wager mal? Oh, nee. Ich muss da auch weh. Das ist Dillen und Meini Cyrus. Was? Es nimmt. Yes. Die beiden zusammen ist jetzt nicht so der Burner. Was muss ich machen? Oh, nee. Oh, nee. Hast du jetzt? Löffelscharfer Ketchup. Das geht doch noch, oder? Der ist so scharf. Ist der so scharf? Der ist so scharf. Ich habe aber keinen Löffel. Ich kann auch nicht aufstehen wegen meinem Arsch. Du zeigst jetzt mal deinen Arsch in die Kamera. Nee. Iiii. Oh, ich sehe aus, als hätte sie dir in die Hose gemacht. Wir machen einen Gehäuften. Nein, auf gar keinen Fall. Muss man das vorher so ein bisschen... So. Uuuh. Schönen, das reicht. Das reicht. Ich zähl runter, okay? Hast du Wasser? Nein, okay. Ich wollte runterzählen, blödes Ei. Ist so schlimm. Hey, geht doch voll. Oh, was ging eigentlich? Rote Ralapeño-Sauce-Schoten. Geht's? Ich brauche eine Sekunde. Okay. Emi? Doch. Hä, wer soll das denn sein? Doch, also eine Person kenne ich. Aber die andere... Das ist Emi. Ist das Emi? Nee. Sieht aus wie Emi. Ja, das ist meine Schwester und der eine von Gebitter am Kopf. Oh mein Gott. Yes. Was? Als ob du das gesehen hast. Voll, einfach nicht Emi, sondern die Schwester von Joey's Jungle. Julia, du bist die ganze Zeit nur alleine am Bestrafung machen hier. Voll gut. Oh ja, hier, guck mal. Oh nein. Deine Zuschauer wollen dich auch am meisten leiden sehen. Wollen die überhaupt nicht. Oh, guck mal, da ist schon was rausgefallen für dich. Was, was? Klebestreifen? Klebestreifen im Gesicht. Darf ich das dann auch machen? Nein. Aber so Panzertape, oder? Wie viele denn? Ein. Nee, nicht nur ein, Julia. Doch, ein. Nee. Doch. Das muss auch eine richtige Bestrafung sein. Ich hoffe, das hält gut. Oh Mann, oh Joey. So. Mal so. Ach, das ist nicht dein Ernst. Ach, Joey. So. Ist doch jetzt ein Scherz. Boah, ist schon mies. Ich finde es immer lustig, wie sehr eine Nase entstellen kann. Oh, du bist ein Arschloch. Inwie lange müsstest du dich reinlassen? Mehr Schweinchen. Ja, das ganze Video. Guck mal, das geht schon ab. Okay, nächster. Das sind Charlie D'Amelio. Du musst buzzern. Ach so, buzzer. Charlie und... Ach fuck, ich weiß die Zeit gar nicht mehr. Ja, dann hast du wieder mal verloren, Julia. Nein. Edison Ray? Ja. Fabiana. Oh nein, aber warum bin ich so schlimm? Scheiße. Aber die haben ein super ähnliches Gesicht, muss ich sagen. Ich erkenne so einfach meine Schwester komplett nicht. Ja, die Nase sieht echt gleich aus. Die Lippen irgendwie auch. Das ist halt auch unfair. Deswegen würde ich sagen, die Bestrafung überspringen wir. Nee, Julia. Ey, ganz ehrlich, die ganze Zeit mache nur ich alles. Ja, das stimmt, das ist schon unfair, ne? Aber... Ich finde, du solltest es jetzt. Aber Julia, das ist dann aber auch nicht fair. Ich mache mit dir zusammen aus Solidarität, okay? Oha, voll nett. Eiswürfel in die Hose. Ey, ist gerade geschmolzen. Oh, Julia, ich will nicht nochmal Eiswürfel da haben. Das ist nicht schön. Ich würde sagen, jetzt vorne. Warum machst du eigentlich alles immer noch schlimmer, als es eigentlich sein müsste? Damit die Leute nochmal einen Lacher haben hier. Noch ist es nicht so schlimm, weil es liegt drauf. Man sitzt halt nicht komplett mit seinem ganzen Gewicht auf dem Eiswürfel. Aber langsam... Boah, es wird schon kalt. Ja, es wird schon kalt. Und es wird jetzt auch ganz klein da unten. Joey! Okay, bist du ready? Nee! Das ist Dagi Bee und Ed Sheeran. Oha, stimmt, aber ja, safe. Ja! Boah, nee! Eiswürfel in den Mund drin lassen. Ich nehme zwei Eiswürfel, okay? Ja. Guck mal, ich fange die so cool. Oha! Ich habe niemals gedacht, dass das jetzt schon... Oha! Ich bin so gut, Alter. Okay. Zwei Kontraste auf. Ich weiß eine Person... Ich will sie dir aber nicht sagen. Doch, die weiß nicht selber, wie du auch weißt. Ich glaube, ich weiß beide. Ich glaube, das sind... Mach deinen Buzzer, Julia, sonst zählt es nicht. Nee. Das sind Naomi John... Oh, ja! Und Jason Derulo. Jason Derulo? Ja! Boah! Ich habe keinen Plan, wie Jason Derulo aussieht. Echt nicht? Nee, ich hätte jetzt gedacht, das ist Emrah. Oh, nee. Oh, nur noch französischer Akzent. Ach so, die nächsten drei Minuten. Boah, ich dachte jetzt schon nur noch. Willst du drücken auf Knopf? Ich drücke auf Knopf. Ich drücke auf den Knopf und wir fangen jetzt an. Wir drücken auf den Knopf. Ich bin ready. Oh, das ist... Oh, nee. Hä? Ich weiß es nicht. Als ob du es jetzt schon gemustert. Ich weiß. Es ist Julienko und Bianca Bibis Beauty Palace. Was? Wow! Ich hätte auch Julienko sagen können. Was? Also, Julienko habe ich auch rausgesehen, aber Bibi dazu? Ich finde Lippe von Bibi, ich habe erkannt. Oh, bad boy. So, gib mir eine Gespräche. Kannst du auch mit Loch in der Mund? Oh, nee! Also, gute Futter! Ich habe Kuchen mit Sens! Oha! Iiii! Das bestimmt schmecken lecker. Dijon-Sens? Dijon! Ist wie für mich gemacht, zu sprechen? Dijon-Sens? Okay, also. Ich nehme jetzt... Regen dich auf, wenn die so sprechen? Schon etwas, ne? Du nervst mich ein bisschen, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du gehst mich schon ein bisschen auf den Sack. Wir brauchen geäufter Teellöffel. Ja, das ist okay. Zeigen Ihnen die Kamera einmal, bitte. Boah, das ist so viel Senf. Das schon. Ist der scharf? Iiiih! Ist der scharf? Oh, ja! Du kriegst immer scharfe Sachen. Ein bisschen geil schmeckt's. Ein bisschen geil? Oh, ich kann auch wieder Scheiße, ey! Irgendwie war das schon ein bisschen geil. Ich sag doch, ich glaub auch, das schmeckt gut. Okay. Aber hat Jana schön gemacht auch so mit dem... Ja, ne? Die hat sich voll viel Mühe gegeben. Shoutout an Jana an der Stelle. Uh! Ich weiß es! No, no, no! Ariana Grande und Michael Jackson! Oh, Scheiße! Ja! Der trägt auch... Der hat auch seine Nase richtig krass konturiert. Das sieht total scheiße aus. Julia! Wieder so wie er's macht. Der hat das gar nicht verblendet. Okay, hier, deine Bestrafung. Er hat auch Perücke, siehst du? Trotzdem bestrafen. Aber wird das wahrscheinlich nicht? Bestrafen? Ja! Ne! Nein, Julia! Ich esse das nicht. Nein! Das kommt raus. Ich hab's nicht gesehen. Oh! Stinkts? Muss ich das ganze Stück? Was stand da? Ja, ein Stück. Ein Stück schaffste. Wer denn das schmeckt? Ich hab auch schon mal so Katzenbrekkis gegessen. Kennst du die? Oh ja! Ich hab früher immer von meinen Kaninchen deren Essen gegessen. Die aussehen wie Fruit Loops. Ja, genau. Die waren voll geil. Weizenfrei, zusätzlich Jod für Schilddrüsenfunktionen. Na dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Julia, danach hab ich auf jeden Fall 10 Wünsche frei bei dir. Ich fang das jetzt so cool wieder, okay? Okay, mach mal. Darf? Also ich muss komplett essen. Ja. Hä, wieso schaffst du das die ganze Zeit? Oh mein Gott. Ist das nicht richtig ekelhaft? Na, gar nicht schlecht. Was? Es schmeckt noch nicht sehr viel. Schmeckt so ein bisschen wie, wie man sich so richtig Vollkorn-Müsli vorstellt. Vollkorn-Kluss beim Müsli. Okay, los geht's. Wer ist das denn? Alter, ich hab keine Ahnung, wer das sein soll. Ich weiß, eine Person safe. Aber die zweite? Nein. Ist das Conchita Wurst und Taylor Swift? Nein! Oh mein Gott, das ist beides falsch einfach. Ich kenn halt auch beide nicht. Beide noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Das sind einfach Loredana und Massimo Senato. Und wer ist er? So ein Zauberer, oder was? Das ist ein Moritänzer von Let's Dance. Ja, sowas macht das. Das muss ich kennen? Ja. Deine Schwester kennt den? Ja. Oder hast du ihr aufgeschrieben, wen sie nehmen soll? Nein, hab ich nicht. Nee! Oh nee, ich bin nicht noch über Hundefutter. Naja. Ja, aber du meinest doch, dass mich so schlimm. Oh! Hab ich mir vorgestellt, dass das mein Hund essen würde? Boah. So! Uh! Das sind The Rock und Heidi Klum. Shit, stimmt! Ja! Heidi Klum habe ich sofort gesehen, aber ich dachte nicht, dass es The Rock ist. Ich dachte auch, ich war mir irgendwie nicht sicher. Aber stimmt, vor allem diese Fältchen hier um den Mund, ne? Doch, The Rock. Ja, diese richtigen Lachfalten. Jetzt am Ende kacke ich richtig ab. Ja, ne? So Joey, lass dich mal nicht lange genug aus hier. Klebestreifen ins Gesicht, das ist okay für mich. Das ist gruselig aus. Wie du auch direkt in meinen Augen so fagst. Gar nicht. Oh, du kleines Mistvieh. Oh. Ich seh gleich ab. Ja, das wird nicht lange halten. Voll schön. Oh Mann, so ne Scheiße. Aber das hatten wir schon vor lange nicht mehr als Bestrafung sowas. Ja, ne? Voll old school. Echt so. Back to the root. Okay, ist das jetzt final? Oh, das war Finale! Oh mein Gott, das war's einfach! Oha! Oha, ich hatte noch einen Löffel Tabasco. Tja. Jetzt hat keiner den Löffel Tabasco bekommen. Scheiße. Hm, was soll man machen? Das hat Spaß gemacht. Wer hat jetzt von der zweiten gewonnen? Haben wir nicht mitgezählt, ne? Ich hab keine Ahnung, wer gewonnen hat. Aber ich würde mal an unserem Aussehen festhalten, dass wir beide ziemlich verkackt haben. Ja, beide scheiße. Beide richtig Kacke. Egal. Okay, Leute. Wir hoffen an dieser Stelle, euch hat das Video gefallen. Wenn denn so ist, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen. Julia! Julia! Schaut auf jeden Fall auch noch bei Joey's Video vorbei, da haben wir nämlich auch noch was gedreht. Geht auf jeden Fall zu diesem Video, falls ihr keinen Bock habt. Geht trotzdem. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst auch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüsschen! 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 Tschüsschen!